Wir begrüßen euch herzlich zur German Open in Greifenburg. Seit 2005 sind wir nach langer Zeit mal wieder hier an der Ehenberger Alm mit 90 Teilnehmern aus 10 Nationen und mit hochkarätiger Besetzung. Heute fliehen wir ein Rennen. Wir haben eine Start-Gate für die Rigets, die wir erst machen. Die Start-Speed-Section ist auf der Wegpunkt No. 80 mit einem 3,000 Meter Radius. Das ist etwa 3 Kilometer von hier. Mit 35 Starrflügeln und 60 Flexi-Piloten zählt die German Open zu den großen Drachenflugwettbewerben in diesem Jahr. Für die Starren beginnt das Rennen eine halbe Stunde vor den flexiblen Drachen. Bei gleicher Aufgabe werden die Starrflügel am Ende fast eine Stunde vor den Flexis im Ziel sein. aus der Tat auf einer Zeitnotrflügel am Ende fast eine kleine Starrflügel am Ende fast eine Starrflügel am Ende fast zusammen. Der Anblick ist gekommen, dass sie immer neu war. Von der Tat auf einer Zeit nicht so gut gest влиben, aber nur eine kleine Starrflügel am Ende fast eine Blut. Und die Zeit, dass sie immer wieder zu einem der Strügel am Ende fast eine Hauptfolge ist. Musik Musik Während die Piloten im 4 km großen Startzylinder Höhe machen und auf den Beginn der Zeitwertung warten, erklärt uns Wettbewerbsleiter Dieter Münchmeier die Flugaufgabe. Wir haben heute wunderbares Wetter und deswegen haben wir uns gleich am ersten Tag eine große Aufgabe vorgenommen. Wir fliegen insgesamt 135 km. Wir starten hier in Greifenburg. Nach dem Speedgate fliegen wir bis hinter Siljan an die Landesgrenze nach Italien. Wendepunkt ist das Toblacher Pfannhorn und dann zurück direkt ohne weitere Wendepunkte zum Landeplatz in Greifenburg. Die Route führt vom Trautal über Lienz ins Pustertal und wieder zurück nach Greifenburg. Die Flugwegaufzeichnung von Stafflügelpilot Christopher Friedl verrät seine taktische Routenwahl bei Lienz und zeigt schön seinen langen Endanflug ins Ziel. Christoph Friedl und Tim Grabowski werden sich auf diesem Flug ein spannendes Rennen liefern. Kurz vor dem Beginn der Zeitwertung haben sich beide in rund 3000 Metern Höhe in komfortable Abflugpositionen gebracht. Zeitgleich passieren sie den Zeitmesszylinder und gleiten sofort Richtung Lienz. In rund 2000 Metern Höhe erreichen sie die Talverengung beim Damerkopf und steigen in einem 4 Meter Bad auf 2800 Meter Höhe. Mit hohem Tempo gleiten Tim und Christopher entlang des Felsgrates Richtung Anna-Schutzhaus. Tim ist in der Führungsgruppe und zieht sich nach weiteren Verfolgern um. Ohne einen einzigen Kreis erreichen beide das Zettersfeld oberhalb Lienz in 2000 Metern Höhe. Ein 3 Meter Bad trägt sie auf 2900 Meter und Tim beginnt als erster die 10 Kilometer weite Talquerung hinüber ins Pustertal. Mit Christopher dicht im Nacken und nur 500 Meter Höhenverlust findet Tim einen 5 Meter Bad und kurbelt sich auf 3000 Meter hoch. 30 Kilometer sind es noch bis zum Wendepunkt. Unter einer Wolkenstraße erreicht Tim Geschwindigkeiten von bis zu 90 Kilometern pro Stunde und kann Christopher erstmals einige Minuten hinter sich lassen. Nahezu ohne Höhenverlust jagt Tim über den Turntaler und Anzilian vorbei Richtung Pfannhorn. Er überprüft am GPS seine Distanz zum Wendepunkt, während sich Christopher schon wieder dicht an ihn herangeschoben hat. Beide Piloten nehmen mit wenigen Minuten Abstand die Wende und jagen in 3000 Metern Höhe zurück Richtung Lienz. Die Wolkenstraße liefert so gute Aufwinde, dass beide nahezu ohne zu kreisen, mit einer Schnittgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometern bis kurz vor Lienz gleiten. Vor dem Sprung ins Trautal steigen Tim und Christopher auf die größte Höhe dieses Fluges. Aus 3500 Metern Höhe beginnen beide einen 20 Kilometer weiten Gleitflug, quer über das Lienzer Becken bis zum Anna-Schutzhaus. Mit nur 500 Metern Höhenverlust erreicht Tim etwas früher und etwas höher die Südflanke des Trautals und jagt ohne einen einzigen Kreis weiter Richtung Greifenburg. Christopher muss nochmals kreisen und verliert kostbare Zeit, während Tim mit nur einer Minute Vorsprung die Zeitmesslinie überfliegt. Bei etwas mehr als zwei Stunden Flugzeit erreichen beide Piloten mit 60 Kilometern pro Stunde eine hervorragende Durchschnittsgeschwindigkeit. Toller Flug gewesen, super Bedingungen und starke Thermik, sehr schnelles Rennen, war sehr gut. Das ist der Markus, Hamstengel. Ja, du bist jetzt dritter oder vierter heute, wie es ausschaut. Das ist ja nicht schlecht für den Anfang, oder? Ja, geht schon. Auf die alten Tage wieder. Tja, Norbert, Norbert, hier, Gebirge, liegt dir besser als Flachland? Nee, ist eigentlich genauso gut, kann man sagen, als es ist halt anders fliegen, aber an so einem Tag wie heute geht es im Gebirge genauso gut wie im Flachland. Im Minutentakt fliegen jetzt immer mehr Stahlflügel ins Ziel. Schließlich landet auch Tagessieger Tim Grabowski. Ja, Tim, du bist zwar... Das stimmt, die Frisur. Das stimmt, die Frisur ist... Die Frisur ist perfekt, ja. Das ist die Fliegerfrisur, Tim. Excellent. Ja, Tim, du bist zwar spät gelandet, aber doch früh im Ziel gewesen. Hast noch einen kleinen Thermikflug anschließend gemacht. Ja, unser Endanflug ging durch so ein thermisch gutes Gebiet, dass man die Höhe nicht wegziehen konnte. Und dann habe ich nochmal ein bisschen Höhe gemacht und bin jetzt zum Weißensee geflogen. Das war jetzt noch ein richtig schöner Abschluss. Viele im Anflug. Flexi, Starre, da ist was los. Mit den letzten Stahlflügeln erreichen die ersten Flexis das Ziel. Darunter Gerd Dönhuber und Primoz Kritscha. Primoz zählt seit Jahren zu den besten Drachenfliegern der Welt. Was ist sein Erfolgsrezept? Ich bemühe mich eigentlich nicht, über die Leistung so viel nachzudenken. Oder sagen wir so, um das Ergebnis, oder? Sondern eher, dass ich alles sicher mache, um so wenige Fehler wie möglich mache und viel Spaß dabei habe. Das Ergebnis kommt dann von selber. Schnellster Pilot ist Roland Wörle, der zwar nicht mit seiner Landung zufrieden ist, sich aber über den Tagessieg freuen darf. Roland, das könnte der Tagessieg heute sein? Ja, könnte schon, ja. Aber das weiß man halt nicht genau. Es kann ja sein, dass jemand die zweite Zeitnummer hat und der ist schneller. Jetzt müsste er eigentlich schon bald kommen. Habt ihr zwei Zeiten gehabt? Ich dachte, das wäre nur eine. Das war zwei, ja. 20 Minuten Unterschied. Aber wenn wir die zweite nehmen, dann muss man mindestens 10 Minuten schneller sein wie jemand, der die erste Zeit nimmt. Und insofern bin ich ein guter Ding. Das klappt. Klasse. Dankeschön, Roland. Am Ende dieses großartigen Wettkampftages haben mehr als 60 Piloten die Aufgabe erfüllt. Tim Grabowski führt in der Stahlflügelwertung Roland Wörle bei den Flexis. Beide haben beste Voraussetzungen für den Gesamtsieg und für den deutschen Meistertitel in ihrer Klasse. Aber noch ist der Wettbewerb nicht zu Ende. In der flexiblen Klasse kommt es am zweiten und letzten Tag zu einem spannenden Duell zwischen Roland Wörle und Primoz Kritscha. Zweiter und letzter Tag der German Open. Schon am Morgen zeigen die Ablösungen über dem Reißkurvelmassiv an, dass die Teilnehmer der Meisterschaft auch heute wieder mit starker Thermik rechnen müssen. Die 105 Kilometer lange Aufgabe führt von der Emberger Alm 40 Kilometer weit Richtung Matrei bis zum Wendepunkt St. Johann im Walde. Vom Iseltal geht es dann 55 Kilometer zurück bis zum Wendepunkt Radlberger Alm. Von hier sind es dann nur noch 10 Kilometer bis zum Ziel in Greifenburg. Kurz nach 11 steht Tim Grabowski als Erster an der Startrampe. Die Startbedingungen sind ideal und in wenigen Minuten sind fast alle Stahlflügelpiloten in der Luft. Während die ersten Stahlflügel über dem Startplatz nach oben kreisen, sind auch die Flexis startbereit. Wir fragen Corinna Schwiegershausen, warum ihr die Emberger Alm so gut gefällt. Es ist mein liebstes Fluggelände, weil die Aufgaben so variabel sind, weil die Landschaft so schön ist und so viele Landewiesen da sind. Alles ist perfekt organisiert, ist einfach das beste Fluggelände, alles in allem, was ich kenne hier. Roland Wörle geht früh in die Luft. Er hat nur wenige Punkte Vorsprung vor seinen Verfolgern. Primoz Kritscha startet direkt nach ihm. Diese beiden werden sich heute ein spannendes Duell liefern, denn der Schnellere wird am Ende die Meisterschaft gewinnen. Die Zeitwertung beginnt um 12.30 Uhr. Wegen der drohenden Überentwicklung am Abend hat die Wettkampfleitung das Rennen früh gestartet und eine kleinere Aufgabe als gestern gewählt. Der Zeitraffer zeigt die enorme Energie, die in der aufsteigenden Luft steckt. Roland und Primoz haben sich gut im Startsektor positioniert und beginnen auf die Sekunde genau das Rennen. Mit Hilfe des Ostwindes bewegt sich das Teilnehmerfeld mit bis zu 100 Sekunden. Stundenkilometern über Grund flott Richtung Lienz. Primoz versucht immer wieder, sich von Roland zu lösen. Aber der Schwarzwälder weiß, dass er einfach nur zeitgleich mit Primoz ins Ziel segeln muss, um zu gewinnen. Über dem Grat Richtung Anna Schutzhaus geht es unter einer Wolkenstraße besonders gut voran. Musik Ohne einen einzigen Krieg. Um den Kreis zu drehen, jagt ein Dutzend Piloten in Höhen zwischen 2.500 und 2.800 Metern auf das Zettersfeld zu. Musik Direkt über der Gipfelstation des Zettersfeldes bringt sie ein 3-Meter-Bad an die Wolkenbasis auf 3.000 Meter Höhe. Wieder gibt Primoz das Tempo vor und erreicht als erster den Wendepunkt oberhalb von Matrai. Roland hat aus dem gestrigen Flug nur zwei Minuten Vorsprung. Er darf Primoz nicht aus den Augen verlieren. Musik Zwischen Lienz und Mikkelsdorf wollen beide wieder Höhe tanken. Aber die Bärte sind schwach und der Südostwind bremst immer wieder ihre Geschwindigkeit über Grund. Musik Primoz hat mittlerweile eine bessere Linie erwischt, während sich Roland vor Greifenburg deutlich unter Grathöhe ausgraben muss, um den Anschluss nicht zu verlieren. Er setzt die gewonnene Höhe sofort in Geschwindigkeit um, da ihm Primoz enteilt ist und in komfortabler Höhe den letzten Wendepunkt Radlberger Alm ansteuert. Roland hat zu hoch gepokert. 1.600 Meter Höhe reichen nicht aus, um in den Zylinder des Wendepunktes einzufliegen. Während Primoz in 2.000 Metern Höhe die Alm umrundet, fehlen Roland gerade mal 100 Meter Höhe zum Sieg. Primoz jagt zusammen mit einem Starflügel mit über 100 Stundenkilometern über die Ziellinie. Kurz nach ihm landen dann Vinaldjig aus Tschechien und Markus Ebenfeld als Zweit- und Drittschnellste des heutigen Tages. André Ciamarani kommt als Vierter ins Ziel. Dank seiner Platzierung gestern könnte es für den deutschen Meistertitel reichen. Der deutsche Meistertitel bedeutet mir eigentlich sehr viel. Das war für mich von Anfang an ein Ziel, den mal zu erreichen. Ich habe auch schon sehr oft teilgenommen, es hat noch nie geklappt. Und gut, der Wettbewerb ist noch nicht vorbei, aber wenn es klappen würde, würde mir ein Wunsch in Erfüllung gehen, muss ich sagen. Mit den letzten Starflügeln im Ziel steht auch das Ergebnis in Klasse 5 fest. Christopher Friedl und Tim Grabowski trennen nur drei Minuten Flugzeit. Ich bin als erster gelandet, aber Timmy ist vor mir über die Ziellinie geflogen. Der war höher und ungefähr drei Minuten schneller als ich. Tim Grabowski verrät uns das Geheimnis seines Erfolges. Mein Maskottchen ist der Wombi. Der hat das Flexi-Team in Australien schon betreut. Und die Regina hat gesagt, er würde gerne mal mit mir mitfliegen. Und dann hatte ich ihn heute dabei und hat mir ein paar richtig gute Tipps gegeben. Und so waren wir richtig schnell im Ziel. Und so waren wir richtig gut. Und so waren wir richtig gut.